Was für ein schüchtern Applaus. Ihr könnt ruhig richtig klatschen, ja? Wir sind zwar schon alt, aber wir erschrecken uns nicht, wenn ihr durchdreht! Wir sehen einen frenetischen Applaus schon gefasst ins Auge, glaubt uns das! Stellt uns ruhig auf die Probe! Okay, ich wusste nicht, dass es in der Schweiz auch eine lautstarken Begrenzung für das Publikum gibt. Ich dachte, das gilt nur für uns. Okay, ich helfe euch! Ich helfe euch, ja? Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Das ist absolute Ruhe. Das ist so ein Normalpegel. Und das ist volle Pulle, ja? Wir fangen an, etwas unterhalb des Normalpegels. Auf die Plätze fertig. Applaus! Schön. Herrlich. So, nächste Aufgabe. Genau. Was ist die Quadratwurzel aus? Macht euch schon mal aus Zeitungen ein paar Hütchen. Habt ihr schon mal Wallnüsse mit euren Arschbacken geknackt? Ja? Weil jetzt, jetzt, die nächste Aufgabe ist, greift euch den neben euch stehenden Menschen und steckt ihnen die Zunge in den Hals, weil jetzt kommt eine Ballade. Also sowas ähnliches. Und vergesst die vorangegangenen Ansagen, denn jetzt werden wir mal ernst. Also vielleicht, möglicherweise. So, sowas. So, sowas. Ich bin allein, du bist nicht hier Ich bin allein und die Zeit steht still Warum bist du nicht bei mir? Du weißt, dass ich nichts anderes will Ich bin allein und du rufst nicht an Du bist weit weg und suchst dein Glück Obwohl du mich nicht hören kannst Sag ich dir, bitte komm zurück Komm zurück Bitte komm zurück Komm zurück Du kannst nicht wissen, wie das ist Vielleicht wirst du es nie verstehen Ich will nur, dass du bei mir bist Ich will dich endlich wiedersehen Ich sitze hier und ich bin allein Und langsam werde ich verrückt Ich kann nicht mehr alleine sein Bitte Bitte komm zurück Ich bin allein, was soll ich hier? Bitte komm zurück zu mir Ich fliege nach bis nachts und vier Bitte komm zurück PONSORBET 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 Come to me, come to me Come to me, come to me Come to me, bitte, come to me Come to me, bitte